Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es darum, dass wir Pokémon bewerten, wie gut sie in den Spielen Pokémon Feuerrot und Blattgrün waren. Ich habe die Games wirklich sehr oft durchgespielt, deshalb denke ich mal, dass ich alle, wie man hier sieht, Pokémon, die vollentwickelt sind oder noch nicht vollentwickelt wie vielleicht Georock, Kadabra, Maschok, die sind auch noch nützlich. Wir werden all diese Pokémon bewerten, wie gut sie in einem Playthrough für Pokémon Feuerrot und Blattgrün sind. Dragoran zum Beispiel gehört in die Top 5, normalerweise, aber man kommt das Pokémon eher spät oder sagen wir mal so, man bekommt Dragoran erst auf Level 55 und dann eigentlich nur für die Top 4 und da gibt es Lorelei zum Beispiel. Da kann ich Dragoran jetzt nicht wie eins der besten 5 Pokémon bewerten. Ich muss das Pokémon halt anders bewerten. Dragoran hier müsste man so auch nochmal in Betracht ziehen, aber naja, wie man hier sieht, haben wir alle Kanze Pokémon, die irgendwie nützlich sind. Wir werden sie bewerten nach dem Top 5. Es ist, glaube ich, klar, die besten Pokémon und von den besten Pokémon werden wir nochmal die besten 5 herauspicken. A. Verlässig, also verlässliche Pokémon, die eigentlich für das meiste Game gut sind. B. Für ein Teil des Spiel sollen die gut sein. C. Nische, die werden outclassed, aber haben trotzdem irgendeine Nische. D. ist outclassed, ein Beispiel Porenta, es wird von Fearow, Taubos, Dodri outclassed. Warum sollte man das Pokémon spielen? Es gibt bessere Flug-Pokémon, bessere Normal-Pokémon und E. Trash. Ja, da haben wir eigentlich zum Beispiel Ditto. Dieses Pokémon gehört normalerweise in Trash, Porenta ist nun in D, aber fangen wir mal an. Mit den Startern werde ich ja später beginnen, denn die bekommt man ja am Anfang. B. B. Floor ist für die ersten drei Arenen gut, für die Wasserrouten, für Kämpfer. Also das Pokémon ist schon gut, Klurak, Turtog auch. Bei Klurak ist das auch wieder etwas anderes. Es gibt noch andere Feuer-Pokémon, ist das das beste Feuer-Pokémon. Und bei Turtog gibt es sehr viele Wasser-Pokémon. Ich will die drei Pokémon erst am Ende ranken, dass ich wirklich weiß, wie gut sie sind. Also fangen wir mal mit Smepo an. Smepo bekommt man vor der ersten Arena, ist für die erste Arena gut, für die zweite auch. Dann noch für die vierte, für die Pflanze natürlich. Für die Gift hat es noch Psychokinese. Und dann vielleicht noch für Chihuahni, generell Team Rocket. Ist das Pokémon eigentlich gut? Ich finde, das ist ein B-Pokémon, kann man schon sagen. Es bekommt Konfusion, Psystrahl, Psychokinese, ist für sehr viele Team Rocket-Rübel sehr gut. Also ich finde, das Pokémon ist schon würdig für den B-Rang. Bei B. Boi ist das ein bisschen schwer. B. Boi ist nicht für die erste Arena gut. Gegen Starmic kann das Pokémon jetzt auch nicht so viel. Raichu, Käfer auch nicht. Höchstens für die Psycho-Arena, theoretisch. Aber das Pokémon wird auch Spide von Simsalor und ist ein One-Shot. Für die siebte, achte, fünfte Arena. Ich finde das Pokémon ehrlich gesagt nicht gut. Aber es hat eine Nische. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht D oder E. Ich würde mal sagen C-. Aber wir könnten es noch in den D-Rang stecken. Gut, jetzt werden wir mal alle normalen Flug-Pokémon oder generell alle Flug-Pokémon mal bewerten, die wir hier haben. So, haben wir einen Flug-Pokémon vergessen. Irgendeinen Flyer, den wir noch zu den anderen vier ranken können, eigentlich nicht. Gut. Wir hätten hier Ibiza, Taubos, Dothree und natürlich noch Porenta. Porenta bekommt man ab dem dritten Orden. Ist eigentlich nicht so gut. Und es wird auch gelast von den anderen Pokémon auf jeden Fall. Das Beste von denen ist Dothree. Auf jeden Fall hat der Borschnabel nicht wie die anderen Fliegen. Hat Rückkehr, hat theoretisch Triplette. Werden wir jetzt nicht Rückkehr oder Hyperstrahl spielen will. Also, ich finde Dothree einfach nur wegen Borschnabel. So sparst du dir ein bisschen Zeit. Dothree ist auch schneller als die beiden Pokémon. Hat, kann mir Schaden machen, hat einen höheren Angriff. Also, Dothree ist für mich immer so ein S-Rang-Pokémon. Denn man muss eigentlich immer einen Fliegen-Pokémon im Team haben. Wenn man jetzt nicht Glurak hat, für einen normalen Feuropla-Krünn-Playthrough. Braucht man auf jeden Fall immer einen Fliegen-Pokémon. Und wenn man jetzt nicht wirklich Glurak hat, muss man eines der anderen fünf Poké mit Porenta wählen. Und deshalb finde ich mal, dass man Dothree auf jeden Fall mal in den S-Rang stecken können. Bei Taubos und Ibiza. Ich finde, sie nehmen sich jetzt nicht so viel. Okay, Ibiza bekommt auch Borschnabel, aber nicht Triplette. Hat nicht so einen guten Angriff wie Dothree. Ist nicht so schnell wie Dothree. Man bekommt es aber früher. Taubsi bekommt man auch sehr früh. Also, Ibiza, Taubos, die beiden Pokémon bekommt man früher. Aber Dothree bekommt man zu einem Zeitpunkt, wo man Fliegen bekommt. Also, ist das eigentlich, ja, kein Vorteil für Ibiza und Taubos. Wobei man sagen muss, theoretisch, es sind schon sehr viele EVs verteilt worden. Eigentlich nur ab dem dritten Orden, denn man kann sich Fliegen vor der vierten Arena holen. Also, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Das Blöde an Taubos ist, dass man Taubos erst auf Level 36 bekommt. Dafür bekommt man Tauboga ein bisschen früher als Ibitak. Und Tauboga ist viel, viel stärker als Habitak. Und Ibitak ist ein bisschen stärker als Tauboga, sogar viel stärker. Aber ich finde Taubos bulkiger. Und wenn ich in meinem Playstore spiele, finde ich Taubos verlässlicher als Ibitak. Aber es hat Borschnabel und andere Attacken. Also, ich verstehe, wenn man die beiden Pokémon picken würde. Da man sie am Anfang bekommt, würde ich sie mal beide in den A-Rang tun. Ich finde Ibitak ein bisschen stärker, da man Taubos erst auf Level 36 bekommt. Und das ist so meistens ab dem fünften Orden. Muss sehr viele Trainer besiegt haben. Und Ibitak hat halt auch Borschnabel. Das ist der Grund, warum ich das Pokémon mal vor Taubos setze. Wo ich natürlich verstehen würde, wenn Leute Taubos bevorzugen würden. Ehrlich gesagt, ich bevorzuge Taubos, aber ich mag es auch lieber. Vielleicht ist das der Grund. Ich, ja, wir setzen mal jetzt Ibitak an die Spitze. Ich, im A-Rang natürlich. So, Radikal, das Pokémon werden wir erst bewerten, wenn wir zu den anderen Normal-Pokémon kommen. Gut. Oder wir könnten mal alle Normal-Pokémon sammeln. Denn es gibt sehr viele Normal-Pokémon. Taurus, sehe ich da noch Normal-Pokémon? Nein. Kangama. Relaxo. Chansey. Porygon. Ja, das wären eigentlich alle Normal-Pokémon. Kommen wir mal zu Porygon. In irgendeinem Spiel kostet das 9999 Münzen. Also so viele Münzen, das ist für dieses Pokémon zu teuer. Nur für einen Pokédex-Eintrag würde ich das ins Team nehmen. Also ich würde das Ding nie wirklich ins Team nehmen. Die haben ja so viele bessere Normal-Pokémon. Und andere werden schon outglast. Also Porygon kommt mal in den D-Rang. Es wird auch gelast von jedem Normal-Pokémon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal-Pokémon gibt es. Es gibt doch andere Flug-Normal-Pokémon. Ich finde ehrlich gesagt, Porygon besser als Porygon. Denn wenn man keine Flyer haben will, holt man sich Porygon, weil es Style hat. Und ja, Porygon ist in irgendeinem der beiden Spielen beschissen teuer. Also Trash ist es nicht. Aber man kann es spielen sagen, ist nur so. Aber ich würde es nie spielen. Gut. Kommen wir jetzt mal zu Radikal. Oder das Pokémon werden wir später bewerten. Denn das Pokémon bekommt man wirklich sehr früh. Und es hat Hyperzahn nach den ersten Orden. Es macht schon Schaden. Es ist Normal-Pokémon. Ich finde, für so ein Country-Playthrough sind Normal-Pokémon immer nützlich. Gut. Knuddelhoff. Knuddelhoff wird auch gelast auf 100%ig von Pixi. Deshalb müssten wir das eigentlich in D-Rang setzen. Aber Knuddelhoff habe ich gespielt. Lernt so viele Attacken. Hat so viele KP. Es lernt Feuersturm, Blizzard, Donnerblitz, Eistrahl, Flammenwurf. Alles was du willst. Geheim-Power, Hyperstrahl. Es hat Aquarelle zum Beispiel noch Stärke. Mega-Heap, Mega-Kick. Nach den ersten Orden bekommst du das Pokémon. Du kannst dem Mega-Kick, Mega-Heap beibringen. Hat so mit einem starken Step. Also, ich sehe, dass es kein D-Rang ist. Aber vielleicht auch kein B. Ich finde einfach, Butterfree, Smet-Boost hat eines der wenigen Käfer-Pokémon, die nützlich sind. Kommen wir zu Pixi. Pixi macht alles, was Knuddelhoff kann. Aber noch mal besser. Kann theoretisch auch noch mal Gedankgut. Die beiden können Weichei. Man kann das, wie gesagt, auch mit Donnerblitz, Eistrahl, Gedankgut und Weichei spielen. Sweeper-Setup, Sextorten. Man kann das mit Psychokneser auch noch spielen. Man bekommt es auch so früh wie Pummelhoff. Ein bisschen später, aber immer noch vor dem zweiten Orden. Du kannst ihm Mega-Heap, Mega-Kick beibringen. Es ist bulky. Es macht mir Schaden als... Ja, Knuddelhoff. Ich finde, ehrlich gesagt, Pixi enorm stark. Und es werden auch irgendwann Meteor-Mash. Also Stern-Heap. Aber ich glaube, über Level 50. Wollte ich nur so erwähnen. Gedanken-O-Setup der sechsten Orden ist insane. Generell, Mega-Kick. Mega-Heap und Mega-Kick. Nach der ersten Arena ist auch unglaublich. Mit Pixi gewinnst du alleine die zweite, dritte, vierte Arena. Fünfte vielleicht nicht, obwohl Psychokneser theoretisch. Das Pokémon erlernen alles. Für mich ist das definitiv ein S-Rang. Und ich denke auch immer noch besser als Dodri. Wobei, wie gesagt, es ist ein Flyer. Also für mich ist Pixi... Ich würde Pixi auf jeden Fall höher als Dodri bewerten. Aber es ist ein Flyer. Man braucht auf jeden Fall immer einen Fliegen-Pokémon. Aber wenn ich Glurak spielen würde, würde ich nie eins der beiden, würde ich nie Dodri benutzen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man einen Flug-Normal-Pokémon hat, wie Taubos, Ibitak, Dodri und dazu noch Pixi. Die machen ja komplett was anderes. Gut. Kommen wir zu Snoopelikett. Es ist schnell. Es erlernt Aquavelle. In Generation 1 WSS-Rang, weil Schlitze da einmal crittert. Ich finde es besser als Knuddelhoff. Für mich ist das so ein B-Rang-Pokémon, aber eher so B-Minus. Ich habe es mal gespielt. Es macht seinen Job. Es kann auch Schaufler theoretisch. Aquavelle, Donnerblitz. Es hat auch Technika. So ist das Pokémon auch nochmal besser. Wie gesagt, für mich ist Snoopelikett ein B-Rang-Pokémon. Kangama. Ja. Und man bekommt ja auch Snoopelikett nach dem zweiten Norden. Kangama, Tauros und Chansey. Okay, Radikal können wir noch bewerten. Ehrlich gesagt finde ich das besser als Snoopelikett. Obwohl sich die beiden jetzt nichts anderes ergeben. Ich wollte gerade nachsehen, welches der beiden Pokémon bessere Stats hat. Aber die erlernen fast das gleiche. Aber man bekommt Radfratz nach dem ersten Norden. Er lernt auf Level 15 Hyperzahn. Hat somit auf jeden Fall eine bessere Normalattacke. Beide lernen Stärke, das ist kein Problem. Aber für den Anfang ist diese Attacke eine sehr starke normale Attacke. Für mich ist deshalb Radikal ein besseres B-Rang-Pokémon. Vielleicht bewerte ich die drei Pokémon auch zu leicht. Ja, Chansey. Dieses Pokémon ist relativ schwer. Also in Gen 1, S-Rang auf jeden Fall. Hier in diesem Spiel hat es nicht wirklich viel Spezialangriff. 35 glaube ich. Das Ding macht nicht Schaden. Toxin theoretisch mit Weichei. Ehrlich gesagt ist das für mich eher ein Nischen-Pokémon. Schlechter als Pummelhoff. Auch wenn das Pokémon mehr KP hat. Von jeder physischen Attacke wird es gewonshottet. Zumindest getushottet. Von Volltreffer gewonshottet. Knotelhoff kann. Oder kann mir, sagen wir es mal so. Knotelhoff bekommst du viel früher. Kann mega hip, mega kicker lernen. Kann mit dem im Early Game viel machen. Ah, ich würde die drei ehrlich gesagt hier im B-Rang führen. Ah, für mich könnten die auch C-Rang sein. Könnten wir noch ins C-Rang tun. Relaxo, S-Rang auf jeden Fall. Jeden besten Team müsste Relaxo sein. Relaxo ist besser als Pixi. Relaxo ist bulky. Kann er Beben erlernen. Relaxo macht Schaden und ist bulky. Ich denke jeder weiß, was dieses Pokémon tut. Es ist strong. Man bekommt es nach dem dritten Ohr. Man muss halt noch nicht den vierten Ohr angemacht haben. Erholung zum Beispiel. Amnesie hat es theoretisch. Gena, Bodyslam, Hyperstrahl, Geheimpower, Stärke, Erdbeben. Alien doch nochmal. Blizzard, Donner, Feuersturm theoretisch, Flammenwurf. Du kannst den Pokémon auch sehr vorbeibringen. Du kannst das Ding auch als V-M-Sklaven benutzen. Also, du brauchst ihn eigentlich bei Relaxo nur. Normalstep. Und das reicht eigentlich schon. Wie viele Tränen am Psycho-Pokémon? Nicht so viele. Und für die Bodengesteins-Pokémon hat es Surfer auch, wenn es nicht so viel Spezialangriff hat. Surfer ist immer noch eine sehr starke Tacke. Und Rizoros, Geowats haben jetzt nicht die besten Spezdeff. Dodri of, ah, ich meine, die trau auch nicht so wirklich. Also, für mich ist Snorlax ein S-Rang-Pokémon auf jeden Fall. Kann Gamma und Tauros. Bei den beiden Pokémon ist es ein bisschen komisch. Generell brauchst du vier Orden. Generell hast du schon so 60-70% gemacht, dass du beide bekommst. Tauros und Kangama sind auch sau selten. Man hat jetzt vielleicht nicht den Bock, die zu, ja, zu fangen. Und Tauros erklärst in jedem, ja, 100%ig Kangama. Vielleicht ein Spezialangriff jetzt nicht. Tauros kann auch Surfer. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche speziellen Angriffe du Kangama beibringen würdest. Beide können Erdbeben, beide können eine Kampfattacke. Tauros kann auf Feuersturm und so weiter. Tauros braucht ja theoretisch auch nur Stärke, theoretisch nur, wie gesagt. Und Surfer. Für mich ist Tauros ein S-Rang, aber schwächer als Pixi, da man Pixi früher bekommt. Und ich finde das Gedankengut-Set nach dem 6.9 einfach so insane. Mit dem sweepst du die Top 4. Bruno vielleicht nicht, aber wenn du vielleicht Psychokinesisch spielst, dann schon. Kangama wird halt auch last. Bekommst du später. Du kannst ihm Mega-Kick beibringen. Irrschlag hat es aber schwächer als Stärke. Ja. Ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich Kangama hinter Knutloffs, Nobilekett und Radical ranke. Aber die bekommt man so viel früher. Und wenn ich eine seltene Safari-Zone Pokémon fangen will, was nicht so oft drinnen bleibt. Ist mir das wert? Wie gesagt, Relaxer macht alles. Okay, Relaxer erklärst 100% die Kangama. Und Relaxer bekommst du 2 Möller auf Level 30. Also ja. Ich finde Kangama nicht so gut wie die anderen. Knutloff könnte vor Radical noch sein, würde ich aber eher so packen. Gut. Kommen wir zu Arbok. Arbok habe ich mal benutzt. Bekommt man nur in Feuerrohr. Vielleicht auch wieder Negativpunkt. Aber ich würde mir sagen, das ignorieren wir. Man bekommt es vor der zweiten Arena. Ich finde das Pokémon ehrlich gesagt nicht so nützig. Early Game Poison ist vielleicht okay. Es ist okay, sagen wir es mal so. Aber es gibt bessere Gift-Pokémon, obwohl man die später bekommt. Wenn ich jetzt das mit Smogmog und... Smogmog und Slymog vergleiche. Ich finde das Pokémon eher Nische-B-Rang ist er für mich auf jeden Fall nicht. Denn wirf nimmt man einen Poison-Type mit, der ist nur Mono-Poison, ist nicht so oft. Deshalb eher C-Rang. Kommen wir jetzt zu den Elektro-Pokémon. So, wie viele Elektro-Pokémon haben wir? Pikachu könnte man natürlich auch noch mit Kugelblitz bewerten. Aber Kugelblitz-Pikachu ist sehr, sehr selten. Deshalb würde ich mal sagen, nicht so wirklich. Gut. Eins, zwei, drei. Vier Elektro-Pokémon gibt es noch oder was? Sehe ich das richtig? Ja, gibt nur vier Elektro-Pokémon. Obwohl, ich denke mal nach Magneton. Elektroball, Elektroball, Elektroball. Ja, fünf Elektro-Pokémon noch. Mit Zapdos halt sechs, aber ja. So, ich denke das Beste von denen ist Magneton. Man bekommt es aber erst nach dem fünften Orden. Dann ist es für Psycho-Gut. Ja, das war's halt. Also man bekommt es erst wirklich, wenn du surfer hast, wenn du in das Kraftwerk gehen kannst, wo es halt Zapdos gibt. Und da ist das Meister-Game schon vorbei. Für Team Rocket wäre es eigentlich S-Tier zum Beispiel. Für Pflanze, für Gift wäre das Ding S. Aber du brauchst, wie gesagt, Surfer, dass du damit kommst. Und ja, für die Top 4 ist es auf jeden Fall sehr gut. Dank dem Stahl-Typen ist es A-Rang, aber du bekommst das Ding leider so spät. Das ist jetzt nicht so gut für das Pokémon. Und wenn ich einen Electric-Type haben will, könnte ich mir wirklich Magneton picken. Aber, ja, das Pokémon kommt halt so spät. Das gleiche mit Electric. Electric bekommt man auch so spät wie Magneton. Erlern aber auch sehr viele Attacken. Ich habe jetzt nachgeschaut, was Electric alles kann. Durch Zucht kann es ja Eisschlag, Feuerschlag, Kreuzweb. Es kann so mal Donnerblitz, Donnerschlag, Durchbruch, Psychogenese. Also, wenn man Bock auf Electric hat, kann man das Ding nützen. Es hat gute Stats. Ist es eher A- oder B-? Man bekommt das Ding halt wieder spät. Magneton ist auf jeden Fall besser, finde ich. Donnerblitz reicht einfach. Es ist Stahl. Stahl ist OP in Feuerrot und Blattgrün. Würde man da von vierten Orden bekommen. Esdrang auf jeden Fall. Vielleicht sogar Top 5. Aber ja. Ich würde mal Electric ins B- tun. Ist vielleicht streng. Kann das sein. So, mal überlegen. Für den sechsten Orden bekommst du, weiß ich nicht so wirklich. Siebte, okay. Für die achte nicht. Lorelei, okay. Ja. Bruno besiegt es. Obwohl, für mich ist das schon so A-. A- und vielleicht für die späteren Islands. Theoretisch, wenn man das Ding Psychokinese gibt, ist das für mich A-. Gut. Raichu bekommt man vor den ersten Orden. Ist ein Elektro-Pokémon, was man für Misty benutzen kann. Nach dem dritten Orden kann man es zu Raichu entwickeln. Also wenn man beim vierten Orden ist. Donnerblitzer lernen ist auf Level 26. Es ist eins der Elektro-Pokémon, was früh Donnerblitzer lernen, was keine TM braucht. Und Donnerblitz gibt es hier als TM. Aber die ist zau teuer, die Attacke. Also Raichu erklärt die beiden Pokémon auf jeden Fall. Ich würde mal A so stecken. Magneto bekommt man halt leider später. Ah, die Frage ist halt, man braucht Fliegen. Aber für mich ist Raichu besser als die beiden Pokémon. Ja, ich darf Fliegen nicht so überwähwerten. Sagen wir es mal so. Ich finde Raichu hat einen guten Movepool. Da braucht man jetzt nicht Elektrik spielen. Durchbruch, Schaufler, Hyperstrahl, Stärke theoretisch. Leider kann es nicht Zirrfahr. Dann wäre es sogar S. Oder ist das sogar S? Nein, ich würde mal A schätzen. Das beste A-Rang. Blitzer, sehr schnell. Hat mit Durchschlagskraft. Step Donnerblitzer reicht für das Pokémon. Du kannst ihm Schockwelle beibringen. Also es kann leider nur Donnerblitz. Elektrik macht das gleiche wie Blitzer. Und man bekommt Blitzer vielleicht ein bisschen später. Elektroball ist schneller als Blitzer. Aber du brauchst den Speed nicht, den Feuerold und Blatt grün. Ich würde mal Elektroball so hier ranken. Sogar hinter den beiden Pokémon, ehrlich gesagt. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass ich Elektroball benutze. Blitzer, beste Elektro-Pokémon, kommt auf jeden Fall ins S. Obwohl Raichu auch besser sein könnte. Denn es gibt jetzt auch nicht so viele Feuer-Pokémon, Aquana. Also es gibt nicht so viele Feuer-Pokémon, dann kann man es ja auch noch zu Aquana entwickeln. Deshalb will ich wirklich meine, mein Eboli für Blitzer verschwenden, in Anführungszeichen, verschwenden? Das ist die Frage. Also es ist es für mich auf jeden Fall. Und Raichu oder Gatekeeper für... Ah, wahrscheinlich. So, kommen wir zu den ganzen Boden-Pokémon. Da wir sind ja erst schon bei den Nidos. Ich merke, es gibt sehr viele Gesteins- und Boden-Pokémon. Die Amorosen, die werden wir später bewerten. Knogger noch. Gut. So ein Dama bekommst du halt nur in Black-Grün, aber das bewerten wir später. Gut. Nido-King und Nido-Queen bewerten wir. Nido-King und Nido-Queen kommen auf jeden Fall ins S. Test hier aber wie weit. Man kann beide Pokémon spielen. Ich finde Nido-King für den Play-Sport besser, weil es mir auszahlt, aber Nido-Queen ist bulkiger. Ich würde es verstehen. Die Frage ist, ist es besser als Pixi und Relaxo? Auf keinen Fall besser für mich als Relaxo. Relaxo gehört wahrscheinlich schon mal in die Top 5. Und du kannst den alten drei Pokémon, Pixi und den Nidos, Mega-Kick, Mega-Heap beibringen. Dir lernt Donnerblitz, dir lernt wirklich so vieles. Ich finde, Gift-Boden ist ein guter Typ. Step-Schaufler bekommt man nach 2. Norden. Ja, das Pokémon ist gut für die dritte, wenn du es noch nicht entwickelst. Für die zweite theoretisch, aber man verpasst den Mega-Kick, Mega-Heap. Es sind Pokémon, die man nach dem 1. Norden haltet sehr früh. Haben sehr gute Basiswerte. Für den dritten, vierten Norden gut. Fünften Norden gut. Sieb nochmal. Vielleicht noch acht mit Surfer. Als Nido-King und Nido-Queen. Aber Pixi würde ich eher besser ranken. Das ist vielleicht ein Hot-Take. Der macht mich vielleicht nicht beliebt. Aber ich finde Pixi einfach besser. Relaxo finde ich auch klar. Ist Pixi jetzt nicht mal so wirklich. Natürlich, man muss sich für einen Normal-Type entscheiden. Aber Pixi kann man speziell mit Gedankengut spielen. Bekommt man nach dem 1. Norden. Bekommt man früh mit Mega-Heap, Mega-Kick. Mega-Kick besiegt, One-Shotting alles. Was es nicht Stummy ist. Stummy-Two-Shotting ist mit Mega-Heap. Es hat eine bessere Recovery als Relaxo. Irgendwie finde ich Pixi besser. Aber nein, 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 nein. Relaxo braucht nur Mono-Step. Also reicht es schon. Gut. Geowatz. Kleinstein bekommst du eigentlich nach dem 1. Norden. Ist für den Drittrainer gut. Für Team Rocket. Intensität hat es sonst früh. Per Level Up. Erlern es auf Level 45 Erdbeben. Ist auch nochmal gut. Gut für die Dritte. Fünfte Arena. Siebte Arena. Achte Arena. Vielleicht für die Sechste auch noch, wenn es etwas tankt. Geh-Rock. Ah, Geh-Rock werde ich mal nicht ranken. Das kommt ganz runter. Das Ding werde ich mal nicht ranken, glaube ich. Ohnix ist Outglass. Das Ding ist Trash. Bekommt man erst nach dem 3. Norden. In der Höhle, wo man Blitz braucht. Da kann ich von schon vorher Geowatz. Und Geowatz ist besser. Ohnix hat keinen Angriff. Es gibt noch nicht Body Brass. In dem Feuerrot und Blattgrün. Also es ist leider Outglass. Trash ist es nicht, weil Boden. Also Gestein ist in der Kanteregion der Stahltyp. Er resistet so viele satten Electro-Immunity. Also die Outglass, aber nicht Trash. Geowatz würde ich mal ins S-Rang stecken. Hier hin. Rizeros ist besser, aber bekommt man erst nach dem 5. Norden. Deshalb würde ich eher Geowatz hier vorne picken. Also es ist so. Geowatz hat, glaube ich, mehr Spezialverteidigung. Eins von den beiden und der andere weniger Spezialangriff. Und Rizeros hat mehr Attack. Aber du bekommst halt Rizeros auch so spät erst. Und es entwickelt sich auf Level 42. Wobei Geowatz natürlich, man muss es, es entwickelt sich nur, wenn man es tauscht. Vielleicht auch ein kleiner Minuspunkt, aber es beachten wir nicht. Ich finde auf jeden Fall S vor Rizeros. Rizeros würde ich mal hier hinpacken. Obwohl, die beiden würde ich schon gerne hier hinpacken. Aber Rizeros bekommst du leider so spät. Und Rizeros, er lernt per Level ab jetzt nicht die besten Attacken. Aber ja. Knogger bekommt man nach dem 3. Norden, wo es Nibolak und das gibt. Ich würde mal sagen, ist es im A-Rang. Also wenn man eine Fickrub bekommt, man muss halt mehr Tragossa senden. So bekommst du Knogger mit doppeltem Angriff. Der Sight-Team ist sau selten. Also ohne eine Fickrub wäre es vielleicht im B-Rang. Da Geowatz auf jeden Fall immer besser ist. Aber mit Fickrub würde ich es mal hier hin tun. So hat es locker vor Level 50 200 Angriff. Oder Base. Mal überlegen. Also es kann schon auf Level 50 mit dem Fickrub 200 Attack haben. So. Sandana ist für mich B-Rang. Bekommt man von 2 Knoren. Aber Knogger ist in jedem Fall besser. Wir packen es mal. Es ist besser als die normalen Pokémon auf jeden Fall. Dictry bekommt man schon auf Level 29. Von 3. Orden. Es besiegt die 3. Orden alleine. Es bekommt Schaufler-Intensität. Man bekommt es schon auf Level 29. Also man bekommt es meistens auf ein Level, wo die anderen Pokémon noch nicht sind. Ich finde das ist eher ein Pluspunkt. Ich würde das jetzt mal ins A stecken. Ich finde halt. Wie heißt das Ding nochmal? Sandana so langsam. Golbat als Flug haben wir vergessen. Ja. Poison-Thorpe-Match-Bombie bekommt man erst nach dem Post-Game. Es ist Nische. Ja. Es ist Nische. Man bekommt es nach dem ersten Orden. Aber ich würde nie. Ich habe mal Golbat gespielt. Das Witzige ist. Wenn es genug Freundschaft hat. Zeigt es an. Golbat will sich entwickeln. Aber es kann sich nicht entwickeln. Weil du erst Nationaldecks brauchst. Also erst nach der Top 4 kannst du das Ding entwickeln zu X-Bad. Deshalb mal 10 Nische. Gut. Kommen wir mal. Ja. Bewerten wir jetzt mal. Volona. Rapidash. Akane. Flamara. Magma. Sheet. Es gibt sehr viele Feuer-Pokémon. Ja. Ich denke mal. Wir könnten jetzt mal die Stater schon bewerten. Wir wissen, wie sie das richtet. Beast of Lore. Ja. Für die ersten drei Orden top. Auf jeden Fall S-Rang. Da brauchen wir nicht reden. Für Team Rocket ist es okay. Für die Top 4 ist es okay. Es ist verlässlich. Das auf jeden Fall. Aber für die ersten drei Orden ist es insane. Das auf jeden Fall. Für die ganzen Mass-Routen. Kämpfer. Team Rocket ist es auch zu verlässig. Wie gesagt. Es gibt halt nicht so gute Pflanzentacken. Gigasar. Ist es wirklich so worth it? Ich weiß nicht. Schwer zu haben zu lernen. Das Ding theoretisch. Also meistens Schlafbude ist es natürlich auch gut. Das braucht man nicht sagen. Meistens Schlafbude. Rasierblatt. Eine Bodenattacke. Geheimpower. Stärke. Und dann wird es schon schwer. Manchmal bekommt man erst nach dem Postgame. Aber ich würde mir auf jeden Fall sagen S-Rank. Ja da müssen wir eigentlich die anderen Pflanzen auch schon bewerten. Dass man es wirklich einordnen kann. Ob das wirklich ein S-Rank Pokémon ist. Denn so. Wirklich S-Rank weiß ich jetzt noch nicht. So. Victory Bell. Es ist nicht so bulky. Es hat das gleiche Typing. Man bekommt es jetzt nur in Blatt Grün. Es kann mir Schaden machen. Aber will ich das extra? Will ich wirklich mehr Schaden machen? Will ich wirklich mehr Schaden machen? Das ist die Frage. Wie kann ich mehr Schaden machen? Also es kann mehr Schaden machen. Aber es ist nicht so bulky wie Bisaflor. Es hat nicht die Coverage. Matchball bekommt man auch so spät. Aber es ist natürlich für den zweiten, dritten Ordner und so gut. Zazena ist verlässlich auf jeden Fall. Ich würde es mal so hier ranken. Vor Magneten auf jeden Fall. Sogar vielleicht vor die Flyers. Pflanzenpokémon würde ich immer mitnehmen. Wir lassen jetzt mal so. Giflor hat als Pflanzentacken jetzt nur Megasorger, Gigasorger. Es ist bulkiger. Es erlernt Moonlight theoretisch. Mondschein oder Sonnenschein. Keine Ahnung. Beste Giftentackes. Säure. Ich weiß nicht wirklich. Es ist bulky. Ich finde es ist das Bisaflor für Arme. Es ist aber immer noch ein A-Rang. Kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber ist schlechter als Sazene. Das ist auf jeden Fall das nur Gigasorger lernt. Und 5 AP sind im Playthrough gar nichts. Ihr wisst das schon. Poisonpflanze ist aber ein guter Typ. Parasect bekommt man nach den ersten Ordnern. Ist für die zweite, dritte Arena gut. Ist nicht gut gegen Team Rocket. Wird von jeder Feuerflugattacke gewanschottet. Es gibt sehr viele Flug-Pokémon. Es wird leider auch Gläs von allen Pokémon. Es ist aber, wenn ich ein Käfer-Pokémon mitnehmen will, eins der besseren finde ich. Es ist immer noch besser als Bebor. Die Frage ist, habe ich wirklich Smappo so hoch gesetzt? Ah, Smappo muss ich leider. Obwohl, nein. Smappo. Vielleicht ranke ich Smappo zu hoch. Aber es gibt so viele Poison-Pokémon, Kampf-Pokémon. Es nimmt Team Rocket und Giovanni auseinander. Alleine für das ist er für mich mindestens B-Rang. Parasect ist halt nicht gut gegen Team Rocket. Es ist für den zweiten, dritten Ordnern gut. Für Wasser-Pokémon, Kampf-Pokémon. Es wird auch Gläs von Bisa-Flor und Gifleiser. Von jedem Pflanz-Pokémon. Es ist eher Nische. Aber es hat Pilzspore. Die Frage ist, wann erlernen es Pilzspore. Das ist auch wieder die Frage. Ich würde mal B-Rang setzen. Denn es ist besser als die anderen vier Pokémon. Ja, Kokowai. Bekommt man vor der fünften Arena. Man kann jetzt Psychokineser lernen. Für die fünfte, sechste, achte Arena gut. Für Lorelei halb. Bruno zerlegt. Gegen Agathe ist es gut. Gegen Siegfried okay. Gegen Rivalen gut. Arang auf jeden Fall, denke ich mal. Aber man bekommt es leider so spät. Aber zum richtigen Zeitpunkt immer noch. Dass es Arang ist. Also will man es von 2. Norm bekommen. S-Ring auf jeden Fall. Aber man bekommt das Ding leider so spät. Man muss die Gigasorger Psycho-Team verschwenden für das Pokémon. Es kann Explosion, Schlafpuder. Es ist bulky dafür. Braucht man nicht sagen. In Gen 1 wäre es S-Ring auf jeden Fall. Psycho ist dann noch overpowered. Obwohl in Generation, ah, im Blattgrunfeuerrot, Psycho immer noch sehr, sehr gut ist. Ja, ich setze doch Kokowai vor den anderen beiden Pokémon. Einfach weil Biseflor. Das gleiche Typing wie es jetzt hier noch Gifflor hat und Biseflor jeden Weg besser ist. Aber man kann die 3 Pokémon auf jeden Fall verwenden. Die sind sehr gut, aber S-Ring und Arang, das soll sich schon immer noch ein bisschen unterscheiden. Kommen wir zu den Feuer-Pokémon. Glurak, Volona, Flamara, Magma, Arcani und Galoppa. Gut. Glurak ist S-Ring, aber wir müssen noch warten, wie gut. Es ist der beste Flyer, das braucht man nicht reden. S-Ring auf Level 33 mit Glutex und Flamwurf ist auch insane. Theoretisch vor dem 3. Morden ist mir bei der MSM mal passiert, dass ich Flamwurf Glutex hatte. Aber ja. Vulpix bekommt man vor der 4. Arena. Also Feuer-Pokémon, kann ich eigentlich gleich aufzählen, sie nehmen sich jetzt nichts. Flamara, Volona und Galoppa bekommt man eher zum gleichen Zeitpunkt. Ich glaube auch noch Fulcano. Also ich habe nachgeschaut. Volona, Flamara, Arcani bekommt man vor dem 4. Norden. Alle zeitgleich. Man muss für Flamara die Evoli-Entwicklung benutzen. Es hat jetzt nicht den besten Spezialangriff. Volona hat den besten Spezialangriff. Arcani hat aber die besseren Stats. Hat Bedroher. Volona hat Feuerfänger wie Flamara. Flamara hat einen guten Angriff, kann es aber nur für Stärke verwenden. Und es gibt so viele gute Pokémon, die Stärke theoretisch verwenden können. Schlau-Flau, Hyperstrahl, Volona, Step, Flamwurf macht guten Schaden. Feuerstrahl, Feuert Super. Theoretisch auch. Also Flamara ist für mich das Pokémon, was jetzt... Ist das... Würde es aus Gläsbären. Nischig ist es auf jeden Fall nicht. Für mich ist das solides B-Rang. Es ist ein Teil für das Spiel gut, aber es wird von 3 Feuer-Pokémon outgelast. Und man muss extra, so kann man keinen Blitz in Aquana mehr bekommen. Will ich das? Ich denke nicht. Aber gut. Volona ist für mich das beste B-Rank-Pokémon, Arcani ist besser. Und Arcani würde ich mal so hier reintun. Hitzekoller gibt es ja auch, aber wir bekommen erst eine Siegelstraße. Obwohl, Volona ist schon A-Rang. Ist besser als Elektrik auf jeden Fall, da brauchen wir nicht Regen. Aber schlechter als die Pflanzen. Ich würde hier mal Arcani im A verlässlich hier mal reintun. Es hat halt schon einen guten Angriff, Spezialangriff ist auch okay. Einen sehr guten Angriff sogar. Turbo-Tempo-Lehrendes Bedroher ist auch eine saugute Fähigkeit. Magma und Galoppa, da haben wir ein kleines Problem. Die bekommt man in Glühwege auf Island 1. Nach dem 7. Norden kann man erst dort sehen. Brauche ich da noch ein Feuer-Pokémon? Ich weiß nicht. Galoppa hat einen guten Angriff. Der Spezialangriff ist okay. Feuer-Takt sind speziell. Galoppa. Ich mag Galoppa mehr als die anderen aus der Glurak. Ich liebe Galoppa. Aber es ist leider auch Glast von Flammara. Trash würde ich jetzt sogar vielleicht nehmen. Man bekommt es nur nach dem 7. Norden. Magma bekommt man auch nur nach dem 7. Norden. Es ist eher Nische vielleicht. Aber es hat halt Feuer-Schlag, Flammwurf, gute Stats, Durchbruch, Schaufler, Psychokinese, Donnerblitz. Es ist schlechter als Flammara, sagen wir es mal so. Nische. Aber ist das für ein Teil des Spiels wieder gut? Ich weiß nicht. Nein, ehrlich gesagt nicht. Man bekommt es leider so spät. Das ist nicht gut für das Pokémon. Das ist traurig. Ich mag Magma. Und man bekommt es auch nur in Black-Grün. Ja. Wisst ihr was? Das ist im C-Rang. Glurak. Starter-Pokémon ist für die ersten zwei Arenen vielleicht nicht so gut. Es ist aber der beste Flyer. Flammwurf erlernen es per Level ab. Es erlernen Stärke eher beim Zerschneiden. Es ist ein VM-User, vor allem Sklave. Es ist der beste Flyer, wie gesagt. Es hat gute Stats. Auf jeden Fall S-Rang. Ich würde es mal hier hinsetzen. Sogar vor Zauros, da man das Ding jetzt so spät bekommen. Ja, gut. Kommen wir jetzt zu allen Wasser-Pokémon. Ja, das wären viele. Da haben wir schon mal 5, 6, 7, 8. Es gibt so viele Wasser-Pokémon in Gen 1. Die Frage hat schon mal jeder alle benutzt. Amoroso, Aquana, Kabutops. Packen wir auch nochmal rein. Wow. Wie viele Wasser-Pokémon? 6, 9, warte mal. Äh, 9, 12, 14. 14, 14. 15 mit Kingler. 16 mit Austaus. Ja. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Aquana. Denn es ist das Wasser-Pokémon, wo man sich richten kann. Ist Aquana S-Rank? Obwohl Aquana... Aquana ist Low-S-Rank. Sehr für Aurora-Strahl. Wie viele Wasser-Pokémon lernen Eisattacken von Soho? Es ist pulky. Es hat einen guten Spezialangriff. S auf jeden Fall. Man bekommt es von vierten Orden. Man braucht ein Surfer-Pokémon. Ah, verlässig auf jeden Fall. Ich würde es mal ins Slow packen. Gut. Gut. Turtok ist auf jeden Fall... Ist es besser als Aquana. Man bekommt es von ersten Orden. Okay. Es ist für den ersten Orden, zweiten Orden gut. Es ist Bulli-Kicker, Seldent, Eistrahl, Blizzard, Erdbeben, Stärke, Surfer. Bis man bekommt es, wie gesagt, früher. Ich würde es so hinmal hinpacken. Vor Aquana. Es gibt halt nochmal bessere Wasser-Pokémon. Garados, Top 5 auf jeden Fall vor Relaxo. Bekommt man nach dem ersten Orden. Ist vielleicht ein bisschen dumm zu trainieren. Vielleicht will man es verpasst, er zu kaufen für 500 Poké-Dollar. Mitangeln nach dem zweiten Orden. Garados Betroger. Auch wenn die Wasser-Tacken speziell sind. Es hat gute Stats. Surfer, Erdbeben, Drachentanz. Also Drachentanz, Stärke, Erdbeben reicht aus für den Nuzloc. Im Platin habe ich die Nuzloc-Tank. Garados. Sagen wir uns das so gewonnen. Drachentanz, Erdbeben ist stark. Drachentanz, Stärke. Hydro-Bombe-Surfer. Es hat eine Vierfach-Schwäche Elektro. Aber wie viele Elektro-Pokémon gibt es? Dritte Arena. Mehr nicht. Außer der Gegner switcht so ein Elektro-Pokémon rein. Und nicht wirklich Pokémon. Viele Pokémon können. Blattgrün, Feuerrot. Per Courage Elektro-Tacken. Also die NPC nicht. Für mich auf jeden Fall besser als das Pokémon. Besser als Turtok. Bisschen blöd zu trainieren. Oder wisst ihr was? Weil die Wasser-Tacken hier noch speziell sind. Lassen wir es mal so im S. Gut. Labras bekommt man nach dem Silksko-Gebäude potenziell. Nach den vierten Ohren. Die Pokémon von dir werden so auf Level 40 sein. Da habe ich meistens schon Wasser-Pokémon. Das ist traurig. Also Labras kann man ins Team aufnehmen. Es ist auf Level 20, 25. Sogar auf 15 vielleicht nur. Zwischen 15 und 25. Eistrahl-Step. Eistrahl hatte ich schon. Body Slam. Konfu-Strahl-Surf. Aber meistens hast du schon Wasser-Pokémon. Und wenn du bis dahin noch kein Wasser-Pokémon hast. Hast du irgendwas falsch gemacht. Also Labras bekommt man leider zu spät. Aber wenn du ins Team reinpackst. Ist das Ding insane. Aber man bekommt das Ding leider zu spät. Deshalb nur A. Enteron bekommt man erst, wenn man einen Surfer hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich werde mal nachsehen. Also man braucht leider für dieses Pokémon schon Surfer. Nach dem fünften Orden. Das ist bei den meisten Pokémon hier so. Deshalb werden sie schlechter bewertet. Und Enteron. Was kann das Ding? Was andere Wasser-Pokémon nicht können. Die Frage ist halt. Ist Goldking, Seemann, Sedramon oder wie? Seemann oder? So heißt das Pokémon. Oder gibt es ein Digimon, was so heißt. Ich glaube es ist Seemann. Enteron, Goldking und Seemann sind die schlechtesten Wasser-Pokémon. Ich denke. Also Goldking bekommt man erst mit Surfer wie die beiden Pokémon. Aber Goldking kann es nicht wirklich so viele Art und höheren Angriff als Spezialangriff. Für mich ist das definitiv Outlast. Aber das Problem ist, das Pokémon ist für mich auch clashed. Aber es ist besser als die Pokémon und die Pokémon. Es ist mindestens Spezialangriff. Aber bei den Wasser-Pokémon bin ich ehrlich gesagt mal strenger. Enteron ist Nische. Wie sehen wir? Quappo. Bekommt man auch später Wasserstein-Durchbruch? Kann es halt noch Step-Kampf? Brauche ich Step-Kampf? Es ist okay für einen Playthrough. Für Lorelei sehr gut, ehrlich gesagt. Psycho-Chineser-Lehrendes verlässlich auf jeden Fall. Ich würde es mal hier hinpacken. Wasser-Pokémon sind immer gut. Ja. Stami und Lamos bekommt man nur im Blatt-Grün. Finde ich schade. Ich mag beide Pokémon. Beides Psycho-Wasser-Pokémon. Wie gesagt, man braucht Surfer. Gut, dann hast du gleich einen Stami. Aber nach dem 5. Orden ist mir das wert. Stami wäre sonst eines Top 5. Aber wenn man das Ding leider so spät bekommt, kann man das nur für den 6. Und für den 6. Orden ist das nicht so gut. Lamos auch nicht. Für den 7. 8. Gut. Für die Top 4 sind sie gut. Aber ich finde, wenn man schon Surfer von 5. Orden hat man meistens einen Master-Pokémon. Ja. Ah, ich würde mal ehrlich gesagt, Stami auf jeden... Ah, Stami ist S-Rang. Es gibt mir immer noch zu viel. Ich bekomme es vor Labras, also zur gleichen Zeit wie Quappo. Und Stami ist Weltmesser als Quappo. Gut. Lamos ist auch S. Kabutopsen und Amoroso. Ja. Die bekommt man nach dem 7. Orden. Habe ich schon Wasser-Pokémon. Amoroso hat einen guten Spezialangriff. Also, Amoroso ist Nischer. Auf jeden Fall, wenn man es erst so spät bekommt. Kabutops. Wird auch gläst von Amoroso. Alle, was Tacken noch speziell sind. Okay, Steinsacken. Steinhageler lernt das nicht per Level-Up. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Und es entwickelt sich auf Level 40. Derang auch gläst auf jeden Fall. Ah, ich muss... Ah. Ich muss ja eigentlich die ganzen Wasser-Pokémon mindestens in B-Rang tun, eigentlich. Wasser-Pokémon sind gut. So, Kingler ist C-Rang. Kein guter Spezialangriff. Tintoxa auf jeden Fall A. Ich würde mal vor Quappo sagen, den Poison ist gut. Yu-Gong wird auch gläst von Labras. Bekommt man aber theoretisch zur gleichen Zeit. Austaus. Wo ist denn Austaus da? Austaus. Ich würde mal... Also, für mich ist Yu-Gong das Labros für Arme. Yu-Gong bekomme ich ein bisschen früher noch. Ich würde es mal ins Nische tun oder B. Ins B-Rang würde ich mal Yu-Gong tun. Ich finde Yu-Gong immer noch besser als Amoroso-King als Cedra-King. Einfach wegen Step-Eistrahl. Austaus. Ja, Nische. Auch schlechter als Amoroso. Eine gute Death, keine gute Spetz-Death. Theoretisch das gleiche wie Yu-Gong, aber Yu-Gong take back beiden Stats etwas. Und es ist halt Yu-Gong. Wer mag die Robbe nicht? Ja gut. Bei den Kampf-Pokémon. Maschok will ich mal auch nicht ranken. Noc-Chan. Gut. So, wo bekommt man nochmal Menki? Vor den ersten Orden war das nicht so. Oder nach den zwei ersten Orden. Also, wenn man bekommt Menki das Kampf-Pokémon Rassaf am frühesten. Es ist verlässlich. Kampf ist sehr gut. Ich würde es mal hier hinpacken. Ja, nach Giefler würde ich mal das Ding hinpacken. Oder mal am Ende vom A-Rang. Machu-Mai ist das beste Kampf-Pokémon. Bekommt man nach dem dritten Orden S-Rang. Auf jeden Fall. Ich würde es mal mit Rietz raus hinpacken. Noc-Chan, Kickli. Die Frage, was ist besser? Noc-Chan erlernt, die Elementar-Punches sind aber alle speziell. Durchbruch würde ich als Angriff-Step-Attacke spiegeln. Ich weiß nicht, wer aus welchem Grund ich Kickli über Noc-Chan bevorzugen würde. Kickt ja vielleicht mehr Angriff. Also für mich sind mal beide im B-Rang. Dann würde ich aber Rassaf ein bisschen höher ranken. So, vier auf jeden Fall noch vor, aber nicht vor den Flyers. Gut. Katrabra werden wir auch nicht ranken. Simsala. S-Rang. Bekommt man nach dem zweiten Orden, auf Level 16 erlernt es Konfusion, wenn es Psychokinese kann, ist es das beste Mon. Auf jeden Fall derzeit das beste Mon. Omot. Sollen wir das jetzt mal so machen? Äh, nein. Das wollte ich jetzt auch nicht. So haben wir es. Omot ist... Also Omot ist besser als Meppo. Das auf jeden Fall. Da braucht man die Tränen. Beide haben nicht Step-Psycho. Mami kommt es nach zweiten Orden, ist für Team Rocket gut. Ich würde mal sagen, gut für den Teil des Spielers. Slymog und Smogmog. Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so lange geht. Aber okay, das sind ja alle Gen 1 Pokémon. Gut. Beide Pokémon bekommt man nach siebten Orden. Oder von siebten Orden halt. Wo man vor die Feuerräne ist. Will ich die Pokémon immer noch spielen? Wisst ihr was? Abok kommt sogar wegen dem in den B-Rang. Auch wenn die beiden Pokémon stärk sind. Abok hat Bedrohung. Abok kommt auf jeden Fall in den B-Rang. Und die würde ich auch mal in den B-Rang tun. Und aber hinter Abok, damit sie so spät bekommt. Auch wenn sie natürlich besser sind. Alle Polo werden wir auch nicht ranken. Gengar, S-Rang auf jeden Fall. Geist ist hier in 10. Natürlich Spukball. Ist hier noch physisch. Ich weiß nicht, ob du erst mit Spukball spielen wirst. Aber das Pokémon ist in 10. Auf jeden Fall hat theoretische Hypnose. Erlehrt Donnerblitz, Psychokinese, Gigasorga. Aber das Blöde ist halt, du musst bei Gengar viel investieren. Dass du das gut spielen kannst. Die Psychokinese Donnerblitz kosten jetzt was. Kosten sehr viel Geld. Ich weiß nicht, ob Gengar wirklich so gut ist. Und wie gesagt, Geistattacken sind physisch. Gifteattacken sind physisch. Also, es ist natürlich sehr gut. Da brauchen wir nicht reden. Aber ist es besser als Glurak? Ich denke ehrlich gesagt nicht. Hypno ist im S. Low Barjack für LRK Sam, würde ich mal sagen. Ja, ich würde es mal hier hinpacken. Vor Blitz auf jeden Fall. Hypno ist insane. Es ist ein guter Psychotype. Der Psychokinese soll lernen auch so Psychokinese. Meditation mit Stärke theoretisch. Schlurp, das schlechteste in der Normal-Pokonaut geläst. Aber ist immer noch besser als Porygon. Obwohl, das blöd ist. Bei den Wasser-Pokon, bei Porygon und Schlurp, die kann man spielen. Aber die werden halt auch Glast, wisst ihr was? Das lassen wir so. Tangela bekommt man erst, wenn man noch 5 Orden hat. Will ich das Ding spielen? Nein, auch Glast. Ich würde sogar, naja, vor Gelopper aber noch. Pantimos bekommt man nach dem zweiten Orden. Esrang auf jeden Fall. Ich würde es mal mit Hypno platzieren. Ich finde es besser, weil es nochmal Donnerblitz erlernt. Sichlor und Pinsir bekommt man nach dem vierten Orden. Käfer-Pokémon sind das A-Rang-Pokémon. Und das ist halt noch die Frage. Gift nicht so psycho. Okay, aber die erlernen halt keinen wirklich guten Käfer-Step. Da man sie so spät bekommt, werde ich sie mal vor O-Mod platzieren. Käfer-Pokémon sind aber immer noch okay, das muss man schon sagen. Gut, Rosana bekommt man. Man muss halt Quapuzzi für Rosana tauschen nach dem fünften Orden. Aber Step, Eistrahl und Psychokinese würde ich auf jeden Fall zu dem Psycho-Squad hinzutun vor Pantimos. Ditto ist trash, kann man nicht spielen. Aerodactyl nach dem siebten Orden. Du hast meistens dann schon einen Flyer. Aerodactyl ist gut, bekommt man aber auf Level 5 nur oder nicht mal 20. Antikraft besser, Gesteinssack, ich würde es nicht Rockslef-Area oder Aerodactyl verschwenden, fliegen. Aber ich habe schon einen Flyer, man bekommt es leider so spät. Sonst wäre es halt natürlich S, da braucht man nicht reden. Gestein ist ein sehr guter Typ, wie gesagt. Für Team Rocket wäre es ein Free-Win. Also man bekommt es eigentlich nur für die siebte Arena. Ach, das weiß ich nicht so. Bruno noch gut, Siegfried noch gut, für den Champ noch gut. Aber man muss das Ding halt so viel trainieren. Und die beeilensten Puken sind eh noch nicht auf Level 50. Ja. Ich würde es mal in B-Rang tun. Bestes B-Rang-Puken. Aber ich kann es halt nicht ins A-Rang stecken, wenn man das Ding so spät bekommt. Gut. Zapdos, Labodos, Arctos. Natürlich Top 5 könnte man sagen. Aber sind die wirklich Top 5 bei den Puken? Also Mew, Trash, Mew to Trash. Also die Pokémon bekommt man später. Da kann ich jetzt nicht sagen. Wisst ihr was? Die werden wir nicht bewerten. Den müsste man ins S- oder Top 5 auf jeden Fall tun. So. Aber Dragoan. Dragoan ist Drache. Verlässlich hat es nicht so viele Spächen. Theoretisch nach dem Dritten Orden. Oder spätestens Safari-Zone. Aber da ist das sehr selten. Drachenwut theoretisch noch. Er lernt Donnerblitz, Surfer, Eistrahl. Feuersturm, Flammenwurf. Fliegen als Dragoran, Lull. Also Dragoran ist für Lorelei nicht gut. Für Bruno, aber für Agathe, Siegfried. Also Top 4 ist bis auf Bruno gut. Da würde ich jetzt mal so S tun. Aber Dragoan, man bekommt es so spät. Also die Frage ist. Hast du schon überhaupt ein Pokémon auf Level 50? Wenn du bei der Top 4 bist. Bei der Pokémon-Liga. Weiß ich nicht. Ich würde. Also Dragoran ist für mich immer noch. Denke ich mal. Ein B-Rank-Pokémon. Und Dragoran macht immer aus ihm halt so ein A-Rank-Pokémon. Ich würde es mal nach Akani reintun. Ist halt schwer. Dragoran hat halt schon sehr viele Resistenzen. Ein Dragoran ist gut für die Pflanzen-Arena, für die Feuer-Arena, für die Boden-Arena, weil ich ja Surfer kann. Für die Gift- und Psycho-Arena theoretisch kann man es auch verwenden. Wird aber die Arena nicht sweepen. Arctos braucht Stärke und Surfer. Nach dem 5. Orden kannst du ein Arctos bekommen. S-Rang auf jeden Fall. Ah, will ich. Wisst ihr was? Die Legis werden wir nicht bewerten. Denn das ist so. Du packst ein Legis-Team und dann gewinnst du die Top 4. Zapdos ist auf jeden Fall das Bessere. Wir werden die Pokémon hier nicht mehr bewerten. Labodos könnte man sogar bewerten, obwohl die sind auf Level 50 und die brauchst du nicht mehr trainieren. Vor der Top 4, also vor der Pokémon-Liga, packst du die rein. Wenn dir noch etwas fehlt, für Siegfried, für die ganze... Wenn dir irgendetwas fehlt, die 3 kannst du immer reinpacken. Du kannst einen Meisterball draufwerfen. Einen Hyperball. Also, wirklich. Du kannst die immer fangen. Für die machen wir kein eigenes Tier. Das sind halt Vorentwicklungen, Tauschentwicklungen. Die werde ich jetzt nicht bewerten. Kadabra wäre das Beste im A-Plus auf jeden Fall. Vielleicht sogar ist. Aber die Pokémon hier, Zapdos, Labasaktos, Mashok, Kadabra, Georock, Alpollo, Mew, Mewtwo werden wir nicht bewerten. Aber gut. Wer sind jetzt die Top 5? Das sind auf jeden Fall für mich die Top 3. Die Big 3, würde ich mal sagen. Tauros bekommt man so spät. Gengar. Das ist vielleicht ein Hot Take. Da ist Glurak S. Für die ersten 2 Arena nicht so gut. Aber dann performt es richtig gut. Das muss man schon sagen. Ist für die Vaz-Routen auch okay. Für die Top 4. Lorelei halb. Ja, eigentlich nur für das. Rosana. Auch in der Austausch. Die beiden kann es one-shotten. Bruno. Ohnix. Ist das nicht so bulky? Ja. Aber die Kampfhokum besiegt es. Agathe besiegt es. Siegfried okay. Ist das Big Five. Also, das ist jetzt ein Hot Take. Pixi ist auf jeden Fall ein Big Five. Und die Nidos. Also, Simsala, Relaxo, Garodos und die Nidos. Das sind eigentlich Top 5. Weil Nido King und Nido Queen für mich das gleiche Pokémon sind. Werden sie mal hier reinpacken. Oder wisst ihr was? Ich werde es so machen. Nido King ist für mich besser als Nido Queen. Weil es mir schade macht. Aber wenn man mehr tanken will, kann man das auf jeden Fall machen. Das wäre meine Liste. Bei den Wasser-Pokémon ist es halt ein bisschen schwer. Ich finde halt, die vier Pokémon sind noch immer noch gut. Obwohl, Labras muss ich auch ins... S packen dann eigentlich. Step Eye Strahl. Siegfried. Ja, Labras muss ich da eigentlich schon reinpacken. Ich müsste dann auch noch den Toxa reinpacken. Aber nein. Ich werde die Liste so lassen. Hot Takes vielleicht. Glurak, Gengar, Rosan... Ah, nein. Hot Takes, wie gesagt. Glurak und Gengar, aber Gengar nicht in den Top 5 ist. Glurak wäre... Für mich ist Glurak besser als Nido King und Nido Queen. Der beste Flyer. Man muss ein Flur-Pokémon haben. Das ist meistens ein Grund, warum ich Glurak nehme. Feuerpokémon ist auch immer gut. Wisst ihr was? Das ist meine Liste. Hot Take. Glurak ist Nummer 5. Vielleicht ist das, weil Glurak mein Lieblings-Pokémon ist. Aber es ist für mich der beste Flyer. Und... Und Flur... Man muss immer Flur-Pokémon haben. Ja, das ist ein Hot Take vielleicht. Also über die ersten drei brauchen wir nicht streiten. Dann vielleicht schon. Aber ja... Pixi und Glurak sind meine Top 4. Und Nummer... Garodos ist Nummer 2. So... Mein Hot Take. Pixi Nummer 4. Glurak Nummer 5. Das sind meine Hot Takes. Und Gengar nur Nummer 8. Ist ein Hot Take von mir. Also bis... Bis Gengar Taurus sind sie geordnet. Dann ist es ein bisschen schwer. Geobat sich vor Rizeros. Da man es früher... Viel früher bekommt. Aber die beiden Puken sind immer noch trotzdem insane. Das muss man schon sagen. Aber Leute, schreibt in die Kommentare. Was hättet ihr verändert? Findet ihr, dass Pixi und Glurak in den Top 5 gehört? Also Pixi finde ich ist ein Pokémon, was man einfach vergisst mitzunehmen. Aber immer wenn man es mitnimmt, performt es richtig. Pixi könnte aber auch Nummer 3 sein. Aber wir müssen... Eins ist klar. Simsala ist die Nummer 1. Und Garodos die Nummer 2. Oder umgekehrt. Das sind für mich auf jeden Fall die besten 2 Pokémon. Starmie würde auch dazugehören. Aber man bekommt halt die Pokémon so spät. Deshalb ist es für mich jetzt nicht so wirklich Top 5 Material. Man muss die Pokémon halt ja auch früher haben. Sie sollen für den besten Zeitpunkt da sein. Okay, Starmie ist immer noch... Turzog würde ich aber hier höher reinpacken. Ich würde hier jetzt vor Dodri reinpacken. Aber Turzog... Es gibt 17 verschiedene Wasser-Pokémon. Warum soll ich Turzog mitnehmen, hm? Wisst ihr was? Darm ist für mich nach Garodos das beste Wasser-Pokémon. Aber ja Leute, schreibt in die Kommentare, was hättet ihr verändert. Die Käfer-Pokémon im B-Rang. Dass ich Omut vor Sichler und Pinzels sehe, ist vielleicht auch ein Hot Take. Aber Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr verändert hätte. Seht ihr es auch so bei den meisten Pokémon nicht? Bis dann. Tschau.